Hi Leute, es ist jetzt mittlerweile Viertel nach drei. Ich habe heute Morgen gar nicht gefilmt, wirklich. Weil ich hatte keine Zeit, weil ich ein bisschen spät dran war. Ich habe nämlich heute zwei Arbeiten geschrieben. Einmal Englisch, nochmal Spanisch und morgen schreibe ich Mathe und Musik. Und am Montag schreibe ich Deutsch. Ich mache natürlich nicht mehr viel. Deswegen wird der Vlog heute wahrscheinlich auch wieder mega kurz. Aber egal. Ich hatte im Kindergarten einen besten Freund. Und meine Mutter hat jetzt seine Mutter angeschrieben und gefragt, glaube ich, ob sie die Nummer von dem kriegen kann, damit ich dann den anschreiben kann. Und das wird so peinlich sein und so cringe. Okay, I will just write some stuff down. Because I am set down to speak it without some text. Of my German friends, it's so embarrassing. But it doesn't matter now. So, I am just doing it. Because of my best friends, because he lives in America. And he doesn't understand Germany. And I told him that I make a part of the English. Just for him. Okay, so... Hey, I am doing nothing right now. Oh my God, it's so funny. I will listen to music. And I have enjoyed my very bad English. Because... Yes. Yeah. Goodbye. Stay tuned.